Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi Beyer und ich lese euch was zum Einschlafen vor, wenn ihr möchtet. Viele Menschen können nach einem stressigen Tag ihre eigenen Gedanken nicht wirklich abschalten und dann einschlafen. Da hilft das, wenn man eine entspannte Stimme im Ohr hat, die einem was erzählt. Ein Hörbuch, ein Hörspiel, das Radio oder eben den kostenlosen Einschlafen-Podcast, den ich seit 2010 für euch produziere. Das geht so, ich setze mich einmal in der Woche abends auf dieses Sofa und nehme eine Episode auf. Dabei könnt ihr live zuhören, wenn ihr wollt und chatten, aber die meisten laden die Episode einfach hinterher herunter. Das geht über die Webseite einschlafen-podcast.de, da kann man die Episoden alle anhören und herunterladen. Noch einfacher ist es, wenn man ein Programm benutzt, auf dem PC oder Mac zum Beispiel iTunes oder auf dem iPhone gibt es die Podcasts-App von Apple oder Instacast. Und für Android-Geräte habe ich sogar eine eigene Einschlafen-Podcast-App, die findet ihr im Google Play Store. Am Anfang jeder Episode erzähle ich euch ein bisschen was aus meinem Leben oder rede zu irgendeinem Thema, damit ihr schön abgelenkt werdet. Und ich achte darauf, dass es nicht ganz so spannend ist, damit ihr auch einschlafen könnt. Aber jeder interessiert sich für was anderes. Und so kommt es auch immer vor, dass einige Leute den Podcast gar nicht zum Einschlafen hören, sondern auf längeren Autofahrten, beim Putzen, beim Joggen oder wann auch immer. Am Ende der Episode lese ich dann aus einem Buch vor. Das sollte ein sehr langweiliges Buch sein, damit ihr auch wirklich einschlafen könnt. Seit Anfang des Podcasts ist das immer nur erkannt, die Kritik der reinen Vernunft. Im Wechsel mit anderen Büchern, die alle gemeinfrei sind. Zum Beispiel Nils Holgersons Reise mit den Wildgänsen von Selma Lagerlöf. Oder Arthur Conan Doyle mit seinen Sherlock Holmes-Geschichten. Das Ganze ist und bleibt für euch kostenlos. Ihr könnt jede Episode einfach so herunterladen, wenn ihr wollt. Ihr könnt mich natürlich trotzdem unterstützen, zum Beispiel über Spenden oder Geschenke von meinem Amazon-Wunschzettel. Darüber freue ich mich immer genauso sehr wie über eine Nachricht auf Facebook, per E-Mail oder eine Postkarte. Aber bevor ihr jetzt schon bei diesem Video einschlaft, guckt doch einfach mal auf einschlafen-podcast.de und hört mal in eine Episode rein. Vielleicht gefällt es euch. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke auch an Gunnar und Manuel für die Zeitraffer-Sequenzen in diesem Video. Ciao.